Musik Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu unserer siebten und letzten Folge über das Buch Joshua. Aber sei getrost und unverzagt der Ruf in die Entscheidung, so lautet unser Thema heute. Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen zu einer außergewöhnlichen Beerdigungsfeier bei der Stadt Sichem. Wir stellen uns vor, wir sehen die Berge Ebal und Garizim, diese beiden Berge, die über dem alten biblischen Sichem thronten und heute über der Palästinenserstadt Nablus. Hier kam es zu einer außergewöhnlichen Beerdigungsfeier, weil hier ein Mann beerdigt wurde, der schon 400 Jahre lang tot war. Wie kam es dazu? Wir gehen zurück in die Zeit der Patriarchen, wir gehen zurück nach Ägypten und wir denken an Josef. In seinem Herzen trug Josef diese Verheißung Gottes an die Erzväter. Ich will euch das Land Kanaan geben. Ich will dir und deinen Nachkommen dieses Land geben. Diese Zusage Gottes trug Josef in seinem Herzen. Und deshalb nahm er von seinen Nachkommen auf dem Sterbebett einen Eid ab. Und er verlangte von ihnen, dass sie, wenn Israel aufbricht, aus Ägypten und auszieht, um das Land Kanaan einzunehmen, dass sie dann seine sterblichen Überreste mitnehmen würden. So lesen wir es in 1. Mose 50, Vers 24. Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Land führen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Und wenn Gott euch heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. So sagt er es dort an dieser Stelle zwei Verse weiter. Rund 360 Jahre später war es dann soweit. Mose, der Auszug aus Ägypten. Und was nahm Mose mit? Sie nahmen die Gebeine Josefs mit sich. Und so wanderten die Knochen des alten Patriarchen durch das Schilfmeer, 40 Jahre lang durch die Wüste. Sie wanderten mit durch den Jordan und schließlich fanden sie ihre letzte Ruhestätte bei Sichem. Ganz am Ende des Joshua-Buches, Joshua 24, Vers 32. Die Gebeine Josefs, die die Israeliten aus Ägypten gebracht hatten, begruben sie zu Sichem auf dem Stück Feld, das Jakob von den Söhnen Hamors des Vaters von Sichem für 100 Goldstücke gekauft hatte und das das Erbteil der Söhne Josef ward. Bis heute kann man bei Sichem, kann man bei Nablus das Josefs Grab besuchen. Und dieses Grab trägt eine stille Botschaft mit sich. Es zeugt von der Treue Gottes. Josef hatte dem Wort Gottes vertraut und er wusste, eines Tages werden meine Gebeine dort im Land Kanaan beerdigt werden. Und so ist es auch gekommen. Seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht, weil Gott ein treuer Gott ist. Und das Zweite, Josef hatte einen Glauben, der sich auf die Zusage Gottes verließ. Und daraus lernen wir, wenn wir uns auf das Wort des lebendigen Gottes verlassen, dann werden wir nicht enttäuscht, denn Gott steht zu seinem Wort. Und wir lernen an diesem Josefs Grab noch etwas Drittes. Es geht um das rechtmäßige Eigentum. Das Josefs Grab, es liegt heute im sogenannten besetzten Gebiet. So wird es von den Vereinten Nationen, von Europa und von Deutschland bezeichnet. Israel besetzt hier angeblich Land. Doch wer ist eigentlich der Eigentümer dieses Landes? Die Palästinenser oder die Israeliten? Hier im Joshua Buch lernen wir, wem dieses Land eigentlich gehört. Gott hat dieses Land den Kananitern genommen und hat es den Israeliten gegeben. Israel ist nicht der Besetzer dieses Landes, sondern es ist der rechtmäßige Besitzer und Eigentümer des Landes. Israel ist nicht Besatzungsmacht, sondern es ist hier aufgrund der Zusagen und der Verheißungen und der Treue Gottes. Darum ist Israel dort, darum ist das Josefs Grab dort und deshalb gehört dieses Land auch Israel. Noch etwas anderes, was zu dieser Zeit bei Sichem geschah. Gott hatte es Mose schon aufgetragen und es steht im fünften Buch Mose ganz zum Schluss. Wenn ihr nun über den Jordan geht, so sollt ihr, wie ich euch heute gebiete, diese Steine auf dem Berg Ebal aufrichten und mit Kalk tünchen. Israel sollte, wenn es das Land eroberte, bei Sichem auf dem Berg Ebal einen Altar bauen und Gedenksteine errichten, auf denen das Wort Gottes aufgeschrieben war und das nicht ohne Grund an diesem Ort. Denn dieser Ort hatte etwas ganz Besonderes, denn hier waren Jahrhunderte zuvor die Erzväter hindurchgezogen. Hier hatte Abraham einen Altar gebaut und der Herr war Abraham dort bei Sichem erschienen. Hier hatte Jakob das Stück Land von Hamor für 100 Goldstücke gekauft und hatte ebenfalls dort einen Altar dem Herrn gebaut. Und nun war Israel in das Land gekommen. Nun hatte Israel das Land erobert und nun sollte Israel dem Herrn hier bei Sichem auf dem Ebal einen Altar bauen. Und so taten sie es. Es wird berichtet in Joshua 8. Dort heißt es in Vers 30. Damals baute Joshua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal. Wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten geboten hatte, Wie geschrieben steht im Gesetzbuch Mose, einen Altar von unversehrten Steinen, die mit keinem Eisen behauen waren. Und sie opferten dem Herrn, darauf Brandopfer und brachten Dankopfer dar. Ja, nun wurde dort eine große Festversammlung gefeiert. Das Volk versammelte sich bei Sichem. Das Volk richtete die Denksteine auf. Das Gesetz Gottes stand darauf und erinnerte das Volk an das Wort Gottes. Der Altar wurde errichtet und es wurden Brandopfer dargebracht, Dankopfer dargebracht. Und noch etwas wurde gemacht. Eine feierliche Zeremonie wurde abgehalten. Vom Berg Ebal wurden sechs Flüche über Israel ausgesprochen. Sechs Drohflüche. Und sie warnten Israel, den Bund Gottes nicht zu brechen. Sie warnten Israel, sich an den Bund Gottes zu halten. Und wenn sie es nicht täten, würden diese Flüche über Israel aktiviert werden. Das waren die Flüche vom Berg Ebal. Auf der anderen Seite vom Berg Garizim wurden Segensworte ausgesprochen. Segensworte über Israel. Und wenn Israel den Bund hält und sich an das Wort Gottes hält, dann würden diese Segnungen über Israel kommen. Und dann wurde hier gefeiert. Dann wurde gedankt. Dann wurde gelobt. Dann wurde Gott gepriesen. Und so kam zum Ausdruck der eigentliche Sinn und der eigentliche Grund, warum Israel dieses Land überhaupt erhalten hat. Warum Israel das Land Kanaan bekam. Weil Gott Gemeinschaft sucht mit seinem Volk. Der Altarbau auf dem Ebal zeigt, Gott will Gemeinschaft mit seinem Volk haben. Du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. So war die Anweisung, die Israel erhalten hatte. Und nun versammelten sie sich hier am Berg Garizim, am Berg Ebal, bei Sichem. Und sie gaben Gott die Ehre. Sie hatten Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott im verheißenen Land. Im Jahr 1980 kam es zu einer spektakulären Wiederentdeckung. Der jüdische Archäologe Professor Adam Zertal fand auf dem Ebal einen gewaltigen Steinhaufen. Und er fing an, als Archäologe diesen Steinhaufen vorsichtig auseinanderzunehmen. Und er entdeckte dort eine Altarkonstruktion. Gefertigt aus unbehauenen Steinen. Zwei stufenlose Rampen führten auf die Altarplattform. Steinhämmer wurden gefunden. Und die Knochen, die in der Nähe dieses Altars gefunden wurden, waren Knochen, die sämtlich von Tieren kamen, die nach dem jüdischen Opfergesetz zugelassen sind als Opfertiere für den Herrn. Unbehauene Steine, keine Eisenwerkzeuge, eine stufenlose Rampe zum Altar. Die Knochen, all das zeigte, hier ist ein echter jüdischer Altar gefunden worden. Und es ist gut möglich, dass dies der Altar Josuas war oder Nachbauten, die dann über dem Altar Josuas gebaut wurden. Auch wenn es nicht sicher ist, der jüdische Archäologe, als er die Ausgrabung begann, war ein Atheist. Als er sie beendet hatte, war er ein bibelgläubiger Jude geworden. Erstaunlich. Der Altar auf dem Ebal hat eine stille Predigt. Israel dankte dort dem Herrn für Gottes Treue, dass er dem Volk Israel das Land gegeben hat. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade und seine Güte wehret ewiglich. Und so sagt uns dieser Altar, danke dem Herrn, freue dich an ihm. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Das ist Israels Bestimmung und das ist auch meine Bestimmung. Ich will leben und Gott ehren, ihm Dank sagen für seine Gnade und Treue in meinem Leben. Und ein zweites, ein Altar war dazu da, Opfer zu bringen zur Vergebung der Sünden. Dieser Altar sagt uns, wir brauchen ein Opfer, um zu Gott zu kommen. Und dieser Altar findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Durch ihn kann ich Gemeinschaft haben mit Gott, wie Israel damals. Seid fröhlich vor dem Herrn. Jesus macht es möglich. Und ein drittes, dieser Altar war eine Einladung zur Gemeinschaft mit Gott. Eine Einladung, die Nähe Gottes zu suchen. Und so lädt Gott uns auch heute ein. Komm zu mir, suche meine Nähe. Denn das ist deine eigentliche Bestimmung. Dazu habe ich damals Israel das Land gegeben, damit ich Gemeinschaft haben kann mit ihnen. Und darum habe ich dich gemacht, um Gemeinschaft zu haben mit dir. Dazu bist du auf der Welt, damit du mit mir, dem lebendigen Gott, Gemeinschaft haben kannst. Das ist die stille Predigt dieses Altars auf dem Eberl. Und nun noch ein weiteres. Ganz am Ende seines Lebens, nachdem diese ganze große Joshua-Geschichte zum Abschluss kommt, nach 30 Jahren, die Joshua das Volk geführt hatte, in dem das Land erobert und verteilt wurde, in dem die einzelnen Stämme ihre Stammesgebiete besiedelt hatten, kam es ganz zum Schluss, wiederum hier am Berg Garizim, am Berg Eberl, bei Sichem, zu einer großen Volksversammlung. Und es kommt zu einer mächtigen Vermächtnisrede Josuas. Er hat das Volk Gottes vor sich. Israel lagert hier zu Tausenden. Von ganz Israel waren sie gekommen, aus allen Stammesgebieten waren sie in Sichem zusammengekommen, um ein letztes Mal diesen großen Mann Joshua zu hören. Ein letztes Mal seine Worte zu hören. Und in seiner großen Rede, die in Joshua 24 aufgeschrieben ist, Da zeichnet er den Weg nach, den Gott mit seinem Volk Israel gegangen ist. Wie Abraham berufen wurde in Mesopotamien. Wie er in das Land Kanaan gezogen war. Wie sie dort, die Erzväter, Fremdlinge waren und umhergezogen waren. Wie sie dann zur Zeit Jakobs nach Ägypten kamen. Wie sie über die Jahrhunderte in Ägypten mehr wurden und zu einem großen Volk heranwuchsen. Wie sie dann herausgeführt wurden von Mose. Wie sie durch die Wüste wanderten. Wie sie ins Ostjordanland kamen. Und wie sie dann durch den Jordan zogen und in das verheißene Land kamen. Mit einer großen, gewaltigen Rede vollzieht Joshua diese ganze Geschichte vor den Augen und den Ohren Israels noch einmal nach. Und er zeigt, Gott ist ein treuer Gott. Ein Mann, Abraham und seine Frau Sarah, viele Jahrhunderte früher waren sie genau dort. Am Berg Garizim, am Berg Ebal, bei Sichem. Sie waren allein. Und sie hörten die Zusage Gottes. Ihr werdet viele werden. Viele Nachkommen wirst du haben. Dieses Land wird dein Land sein. Deine Nachkommen werden es besiedeln. Nur Abraham, nur Sarah hörten diese Worte. Trugen diese Verheißungen in ihren Herzen. Es gab zu ihrer Zeit diese vielen Nachkommen nicht. Das Land gehörte ihnen nicht. Und doch die Zusage Gottes hörten sie. Und über Jahrhunderte trugen die Nachkommen Abrahams und Sarahs, Isaks und Jakobs, diese Worte in ihren Herzen. Und jetzt standen sie dort bei Sichem. An derselben Stelle. Und sie standen dort zu Abertausenden aus allen zwölf Stämmen Israels. Gott hatte Wort gehalten. Seine Verheißungen hatte er wahrgemacht. Jedem musste es jetzt klar werden. Sie alle waren doch Nachkommen dieses Abrahams. Sie alle waren Nachkommen Isaks und Jakobs. Und nun waren sie alle hier versammelt am selben Ort. Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Joshua hatte es gesagt. Wir können es nachlesen in Joshua 23, Vers 14. Siehe, ich gehe heute dahin wie alle Welt. Und ihr sollt wissen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahin gefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verkündigt hat. Es ist alles gekommen und nichts dahin gefallen. Jedem wurde jetzt klar, Gott steht zu seinem Wort. Gott ist ein treuer Gott. Diesem Gott kann man Glauben schenken. Und dann ruft Joshua das Volk in die Entscheidung. Wem nun wollt ihr dienen? Den Göttern der Ägypter, den Göttern der Amoriter, den Göttern der Kananiter, wem wollt ihr dienen? Oder diesem Gott? Jahwe, dem treuen Gott Israels, dem Gott Abrahams, dem Gott Isaaks, dem Gott Jakobs. Wem wollt ihr dienen? Diesen Götzen oder diesem lebendigen Gott? Und dann sagt Joshua diese ganz wunderbaren Worte. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und niemand anders sonst. Allein dem Herrn wollen wir dienen. Joshua ruft das Volk in die Entscheidung. Allein dem Herrn. 1400 Jahre später. Am selben Ort, am selben Platz. Bei Sichem. Der Jakobsbrunnen. Jesus ist dort. Und er spricht mit der Samariterin. Und er sagt der Samariterin, Wenn du aus diesem Wasser trinkst, von diesem Jakobsbrunnen, dann wirst du wieder durstig werden. Aber wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, dann wirst du Wasser des ewigen Lebens haben. Jesus ruft sie in die Entscheidung. Komm zu mir. Ich bin der verheißene Messias. Ich bin der, von dem Gott in allen Schriften der Bibel gesprochen hat. Ich bin der verheißene Messias. Ich gebe Wasser des Lebens umsonst. Bei mir gibt es ewiges Leben. Wenn du mich hast, kommst du zu dem lebendigen Gott. Jesus rief die Frau in die Entscheidung. So wie Joshua, damals das Volk Israel. Und dieser Jesus ruft auch uns heute in die Entscheidung. Wem wollt ihr dienen? Den Göttern? Den Götzen? Dem Materialismus? Den Ideologien? Dem Atheismus? Wem wollt ihr dienen? Bei mir, bei Jesus, gibt es Wasser des Lebens umsonst. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Allein Jesus Christus, ihm will ich nachfolgen. Denn er führt mich in das verheißene Land. Er führt mich zu Gott. Er führt mich in die Ewigkeit. Ihm nach. Und dazu lade ich auch Sie ganz herzlich ein. Folgen wir gemeinsam Jesus nach. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn, dem Herrn Jesus Christus dienen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen. Auf Wiedersehen. Die Musik in der Bibliothek Untertitelung. BR 2018